Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey! Ciao, Fredo! Hast du es gefunden? Ja, fast nicht. Der Zug ist schön abgelegen. Hast du schon mal getaucht mit diesem Zeug? Ja, das ist alles ein Müsse-Eis, oder? Ja, aber... Ich habe halt noch nichts. Aber der Anzug ist immer ein kleines Gros. Der hat halt auch eine Ranze, oder? Oh, jetzt hat Tino Freusti. Wie noch Wohren. Es ist kein Wunder bei diesem Wetter, das ich hier unten sehe. Jetzt gehen die Mütter hier hoch. Jetzt muss ich mich noch abseilen. Danke. 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 Var right? Was ist denn dir der Durchgang? Super genial. Ein очень большой Fisch. Das war sicher ein Geheimnis? Spinn. Mensch, meinst du hier im Zugersee, gäbe es Heien? Aber sicher. Schau auf meiner Kamera. Ich zeig dir jetzt gerade ein Hei, ein Zugersee-Hei. Drehe noch ein bisschen, das ist von den letzten Ferien hier ab. Ah! Ja, da habe ich den Falschweg gedreht. Oder aufgenommen. Drehe einfach noch ein bisschen. Irgendjemand kommt dann sicher irgendwie so ein Schlammhüpfer. Hier, schau an. Du hast doch einfach ein Hecht gefüttert. etwas stones. Schau an. Teil 2. 6. 7. 7. 6.